Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie Hunger auf Knoblauch. Wie geht es euch beiden da? Ach, ich hätte gerne so ein paar kleine Käfer, so ein paar knusprige. Lecker, lecker. Ich habe tatsächlich Lust auf Lasagne seit ein paar Tagen, aber Knoblauch wäre auch nicht schlecht. Weißt du, leicht angeröstet und dann so über so einen Chibata gestrichen. Lecker. Ja, das könnte ja auch helfen gegen diese Plage, die mal wieder über die Leinwände geistert, nämlich diese Vampire. Im Beziehungsweise haben wir uns eigentlich nur mit einem Vampir auseinandergesetzt, nämlich mit Graf Dracula, der im neuen Film von Chris McKay, Renfield mit Namen, von Nicolas Cage gespielt wird. Und da werden wir jetzt mal eine Besprechung zu machen, denn der Film kommt am, gesteinig mich, wenn es falsch ist, 25. Mai in die deutschen Kinos. Läuft schon seit einiger Zeit bei US iTunes und ist in Amerika gefloppt. Case of Peace. Ist von Universal. Und Stu, würdest du uns einmal erzählen, worum es bei Renfield jetzt genau geht? Weil ich habe das alles gar nicht verstanden. Okay, das ist relativ einfach, lieber Timo. Es geht um, halt dich fest, Renfield. Und wer sich ein bisschen mit dem Dracula-Mythos oder sogar dem Dracula-Roman von Bram Stoker auskennt, weiß, dass Renfield der Vertraute von Dracula ist. Das heißt sowas wie der Handlanger, der Diener. Und wir erfahren jetzt, was Renfield denn so macht heutzutage. Denn Dracula existiert noch und Renfield muss für Dracula, ähm, ja, Leute herankarren, die dann ausgesaugt werden. Und das Problem ist aber, dass Ren, äh, nicht Renfield, sondern Dracula, leider ein bisschen öfters mal über die Stränge schlägt, was dann dazu führt, dass, äh, Vapierjäger aufkreuzen und ihn dann, naja, ans Lieder wollen. Und in so einer Situation treffen wir jetzt Renfield. Dracula ist geschwächt und Renfield soll neue Leichen, beziehungsweise Opfer herankarren. Ähm, Problem ist aber, dass Renfield mittlerweile so ein bisschen mit seiner Rolle hadert. Das hast du wunderschön zusammengefasst. Vielen Dank, lieber Stu. Das, äh, war ganz klasse. Ich war zu sehr beschäftigt, mich währenddessen mit Aiuli einzureimen, nachdem ich vorher in Weihwasser gebadet hatte. Das, äh, hilft immer ganz gut, wenn ich Filmbesprechungen zu Vampirfilmen mache. Sag mal, äh, Schlager, wie ging's denn dir mit jetzt so dem Erwartung vorab? Hattest du irgendwelche Trailer gesehen? Äh, ich bin ja generell, versuche ich Trailer zu meiden, weil ich keine Erwartung haben möchte. Und da die besten Szenen in Trailer oft gezeigt werden, möchte ich die, äh, möchte ich überrascht werden durch den Film. Das heißt, ich gucke immer nur so ganz kurz rein, um die Stimmung zu erfassen, ob mir der Film gefällt oder nicht. Also, das heißt, ich ging da völlig unbeschrieben hinein und hab mich von dem Film überrollen lassen. Und, ähm, genau, hab einfach angenommen, was da so kommt. Und, äh, ja, genau, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, der ist in den USA gefloppt, ähm, dass uns hier eine Plage überrollt. Sollen wir da schon direkt gleich reinstürzen, uns reinschmeißen, wie wir den Film denn fanden auch? Also, du hast gerne uns schon mal einen Sneak Peek geben. Wie fandst du denn den? Ähm, das ist so eine, so ein Film kann man sehen, muss man aber nicht, kann unterhalten, hinterlässt keinen blanden Eindruck. So ganz grob mal angeteasert. Mhm. Wie sagt das unser kleiner Van Helsing, Stu? Wie ist es bei dir? Ähm, tatsächlich würde ich damit d'accord gehen, ja. Also, ich kam aus dem Kino raus und ich muss dazu sagen, bei uns in der Vorstellung, äh, da wurde gut gelacht und, äh, die Stimmung war auch toll, aber bei mir war's so, ich kam raus und, äh, hab mit den Schultern einmal gezuckt und das war's dann. Also, der hat bei mir auch keinen wirklich Bleibende Eindruck hinterlassen. Ja, kann ich nur ins gleiche Horn tröten, ging mir auch so, fand ihn sehr, sehr, äh, ich hatte tatsächlich da mal Trailer geguckt und fand es interessant, dass ein Punkt im Marketing keine Rolle gespielt hat, den wir später nochmal besprechen. Aber ansonsten schon eher ne Enttäuschung, muss ich leider zusammenfassen. Wobei ich sagen muss, äh, dass der Trailer, also er zeigt schon viel, also ich hab die zwei, drei Trailer alle gesehen, denn ich habe davor keine Angst. Ähm, und muss sagen, ich war dann doch überrascht, wie blutig der ist. Also, äh, das, es spritzt und spratzt ja wirklich ordentlich, natürlich in einer Hülle und Fülle, dass man sich ernst nehmen kann. Und ich fand auch, dass die hauptsächlich digitalen Bluteffekte so aussahen, wie die rote Pampe, die man Tomatensauce nennt, aus den Ravioli-Dosen. Ja, das ist ein Aspekt, also den ich, ich verstehe es nicht so ganz, warum sie es im Marketing nicht mehr hervorgehoben haben, dass sie da schon ein hartes A-Rating angepeilt haben und auch durchgesetzt haben. Ähm, fandst du, Schlager, diese Härte angebracht oder wirkte das organisch oder war es eher so schulterzuckend, jetzt machen sie einen auf Deadpool? Also, das war der Punkt, den du fandest, dass der im Trailer hätte mehr herausgestellt werden sollen? Ich hätte, glaube ich, um, also zu erklären, warum das ein Flop ist, haben wir einerseits vielleicht die Qualität des Films, aber auch wieder, welche Zielgruppe willst du ansprechen? Also, Vampir-Film-Aficinators gibt es ja genug, also, die musst du natürlich irgendwie reinholen und wenn du halt nicht sagst, so, also, klar steht da dann Rated R, aber ich glaube, du musst halt klar machen, dass das so ein, schon so ein kleines Blätterfest ist. Ja, ist es ein Blätterfest oder reitet es einfach auf der modernen, ähm, guck mal, wie brutal wir sind und guck mal, wie übertrieben und lol, roffelt, ralala, also ist das nicht einfach gerade so ein bisschen das Ding, in Anführungsstrichen? Also, zum einen glaube ich tatsächlich, dass sie, äh, die Werbestrategie ganz klar auf, guck mal, Nicolas Cage ist Dracula gefahren haben, äh, was für mich auch Sinn macht und ich finde, okay, der Film ist brutal, aber es ist jetzt nicht diese Art von Gewalt, mit der man, finde ich, zwangshaft werben muss, weil das Ganze ist halt wirklich so übertrieben und so cartoonesk, äh, ist jetzt nicht vergleichbar mit sowas wie jetzt The Sadness oder Terrifier 2, wo die, der Gewaltgrad ja ein ganz anderer ist, da, da steckt auch kein wirklicher Sadismus hinter und, ohne zu viel verraten, äh, äh, dass viele der Opfer, äh, überleben es ja dann doch, ne, sag ich mal, ähm, deswegen fand ich es absolut okay, dass sie die, den Gewaltgrad jetzt nicht so prominent im, im Marketing, äh, präsentiert haben, ich war halt einfach überrascht, ähm, und ich glaube, dass es dem Film vielleicht eher gut tut, denn ich, bei mir in der Vorstellung, äh, wurde wirklich ordentlich dann abgefeiert, als dann diese, ich sag mal, Splatter-Einlagen kamen und da, da haben auch, ich war mit jemandem im Kino, der komplett gar nicht, äh, affin dafür ist, wenn es wirklich zu brutal und sadistisch wird und auch er hatte seinen Spaß, das ist auch nicht abgefeiert, weil es halt eben so wirklich exorbitant, cartoonesk und übertrieben ist. Ja, das ist ja, was Timo gesagt hat, eher in diese Deadpool-Brutalität-Richtung, aber das ist halt die Frage, ich glaube schon, wenn du das in den Trailer gepackt hättest und ich hab, glaube ich, dann später, wenn ich mich dran erinnere, dann auch einen Trailer gesehen, wo das alles gezeigt wird, eigentlich diese brutalen Szenen, also später haben sie es dann genutzt zum Bewerben, aber ist es denn heutzutage, also es ist ja nichts Besonderes mehr, du erreichst dadurch eine breitere Masse, das heißt, du hast vielleicht die Vampir-Afficiandos, wie Timo es gesagt hat, hast du über Nicolas Cage und Dracula automatisch und versuchst dann, die breite Masse abzugreifen, dass du eben diese jetzt, ähm, ein bisschen standardmäßigen Meta-Humor- Sprüche, äh, Humor-Brutalität mit reinnimmst, aber hat es dem Film gut getan, ist jetzt halt die Frage, also dieser, ich fand nämlich, du meinst, das war gut, weil da in dem Kino gelacht wurde, ich hab auch gelacht, aber es macht halt den Film dadurch nicht besonders, es nimmt ihm viel Platz weg für was, was ihn besonders hätte machen können, indem nämlich mehr auf diesen, diese Beziehung Ranfield und Dracula und vielleicht auch diese, also Ranfield geht ja in so eine Gruppentherapie, um darüber zu sprechen, dass er in einer toxischen Beziehung ist, das ist eine Gruppentherapie für Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind, die meisten, gehen natürlich dann erstmal nicht davon aus, dass es um einen Vampirmeister und seinen, ähm, Vertrauten geht, sondern eher um normale Beziehungen und diesen Aspekt, den fand ich zum Beispiel viel cooler, also der hätte den Film viel, viel besonderer machen können, als diese übertriebenen, guck mal, wir sind wie jeder andere Actionfilm heutzutage oder wie seht ihr das? Also es wäre schon interessant gewesen, aber der Film war für mich schon von vornherein, äh, alleine vom Marketing her schon so konzipiert, dass mir klar war, das wird keine ernste Abhandlung dieser Thematik sein, das wird wirklich ein Spaßfilm sein. Ja, aber das hätte man auch spaßig machen können, so Richtung What We Do in The Shadows. Ja, ja, nee, finde ich glaube ich nicht. Also ich finde das eine interessante Prämisse und ich muss ja auch sagen, dieses Jahr bringt ja Universal mit die letzte Fahrt der Demeter ja auch noch so einen anderen Dracula-Film raus, der auch so das klassische Dracula so ein bisschen auch von einer anderen Perspektive nimmt. Ähm, auf den bin ich auch gespannt, aber bei Renfield war mir vorhin ja klar, dass der Film sich auch selbst nicht ernst nimmt und auch diese, diese ganze Geschichte, äh, dass sich dieser Renfield, äh, ja, emanzipiert, nenne ich es mal, von seinem Meister, äh, wird letztlich auch nur als komitantisches Kanonenfutter genutzt. Äh, da wäre sicherlich mehr drin gewesen und das Potenzial haben sie diesbezüglich auf, definitiv nicht genutzt, ähm, aber erwartet hab ich's nicht. Gar nicht. Das ist krass, ich stehe genau zwischen euren beiden Meinungen, was diese beiden Aspekte angeht. Ich finde genau wie Schlogger, dass das, für mich hat sich das nämlich überhaupt nicht organisch angefühlt, dass auch immer solche Splatter-Einlagen kamen, die, da hast du völlig rechts, du, die sind halt nicht auf, guck mal wie edgy und gewalttätig wir sind und wie viel Blut da läuft, sondern es ist einfach so, ja, machen wir halt noch dazu, ist ja irgendwie auch ganz cool so. Also natürlich nicht irgendwie so Terror-Kino, so aller, wie du schon sagtest, Terrifier 2 oder solche Sachen, die ich nicht gucke. Ähm, und gleichzeitig hat dieser Gruppentherapie-Schwerpunkt, der ja im Marketing ebenso wie die Nick Cage ist Dracula-Nummer sehr, sehr ausgespielt wurde, gerade im ersten Trailer ist ja quasi nur diese Gruppentherapie-Szene oder eine dieser Gruppentherapie-Szenen drin, der hat mir so mittelgut gefallen, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass man das so als Comic-Relief-Versatzstück reingenommen hat und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so lustig ist, wenn man sich über Gruppentherapie-Sitzungen lustig macht, so, sagen wir mal, so in der Post-Corona-Welt, wo viele Leute ja nun Therapiestunden in Anspruch nehmen müssen, wir, jetzt komme ich mal ganz mit der großen Keule, wir zum Beispiel wissen, dass zwischen der ersten, dem ersten Kontakt mit einem Therapeuten und dem dann folgenden Therapien manchmal Monate vergehen, habe ich diesen Aspekt, mochte ich echt gar nicht, weil ich den auch nicht lustig fand, also da habe ich am meisten mit gefremdelt, würde ich sagen, neben der Gewalt, die ich irgendwie, weiß ich nicht. Wie viele Leute, habe ich da auch mal Erfahrung gemacht, auch was Gruppentherapien angeht und ich fand es nicht schlimm, also ich fand es jetzt auch nicht so umwerfend lustig, aber ich habe nichts dagegen, wenn man das für Gags benutzt, da finde ich, sollte man keine Schäufe haben, das ist einfach eine Geschmackssache, ich fand es jetzt auch nicht geschmacklos, es war einfach nicht so unbedingt mein Humor, wobei ich hier und da durchaus ein bisschen schmunzeln musste, aber ich finde nicht, dass man das nicht machen sollte. Ja, ich denke einfach nur, ich habe da gar nicht, ich war noch nie in Therapie, was nicht heißt, dass ich das verurteile, ich finde, jedem würde Therapie gut tun, egal welchen mentalen Zustand man hat, aber es war einfach was, was origineller gewesen wäre, also wenn der Film angestrebt hätte, dass er irgendwie in den Köpfen bleiben will, dann wäre das was gewesen, wo man mehr hätte Fokus drauf legen können, mal ganz abgesehen von dieser Beziehung zwischen Renfield und Dracula eben. Aber das war ja gar nicht sein Anspruch, er wollte wahrscheinlich ein Teil sein von diesem Dark Universe auch und da eben nur ein Puzzlestück sein, wobei das ja eh gecancelt wurde, dieses ganze Universe-Thema oder, dass er vielleicht gar nicht so besonders sein wollte, sondern eben einfach nur massentauglich. Ja. Das ist für mich auch so ein 90-Minüter ist, der sich dann am Ende so ein bisschen länger angefühlt hat, aber mir so den letzten Spaß, also irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das so nicht, ich war nicht so drin. Also man muss... Ich habe so diesen Spaßfaktor nicht gefühlt. Wie war es bei euch? Da muss ich schon sagen, also bei aller Kritik, was man auch immer dieses Jahr hätte besser sein können und Potenzial nicht ganz ausgenutzt, also das ist schon ein Film, der ist unterhaltsam, fand ich. Ich habe mir den angeguckt, es war kein schlechter Film, also der hatte auch wirklich tolle Bilder und tolle Farbgebungen teilweise, also ich sage nur zum Beispiel, als Dracula da auf seinem Blutkonserventhron sitzt, das sah einfach, das fand ich sah fantastisch aus. Und diese Action und diese Splatter-Einlagen und diese derben Sprüche, die auch Aquafina und so da bringt, die waren schon unterhaltsam. Also da hat er mich schon auf einem mittleren Level, hat er mich schon gekriegt. Was mich tatsächlich auch ein bisschen gestört hat, er hat ja, wenn man, ich glaube, zwei oder drei größere Action-Szenen und die waren mir tatsächlich zu zerschnitten, da hat man oft nicht gesehen, was passiert jetzt eigentlich, außer dass dann eben plötzlich eine Blutfontäne an die Decke spritzte, dann, ich mag Aquafina, die mag ich eigentlich ganz gerne, aber ich fand diesen kompletten Subplot so, hätte man nicht gebraucht, weil der dafür gesorgt hat, dass der Film, wie er schon gesagt hat, für 90 Minuten sich dann doch ein bisschen länger anfühlt als nur 90 Minuten. Trotz allem ist das ein Film, der relativ zügig vorbeigeht, aber irgendwie sind da so ein paar Sachen drin, die passten für mich nicht so richtig gut da rein. Ich fand diese ganze Sache mit den Gangstern auch irgendwann nur noch nervtötend, dann versuchen sie noch so, ich nenne es mal, menschlichen Antagonisten zu etablieren in Form dieser Mutter, da machen sie aber auch nicht wirklich was draus. Und letztlich hatte ich am Ende das Gefühl, dass der Film wirklich drumherum gebaut worden ist, um einmal um Nicholas Cage, der halt als Dracula sein kann und diese kartonesken Action-Überspitzungen. Ja, bin ich bei dir. Ich fand auch den Cast jetzt, ich mag Nicholas Holt eigentlich total gerne sehen, fand den da aber auch echt unterfordert, also diesen verhaschten, blassen Typen, den hat er halt schon in Warm Bodies als Zombie gespielt. Da musste ich auch dran denken. Da fand ich ihn besser. Sorry, ja. Alles gut, nee, aber ich fand den da wirklich besser und diesmal fand ich ihn so, ja, ist okay, weil er, wie du auch glaube ich richtig sagst, er ist halt so das schmückende Beiwerk zu Nicholas Cage, der hier überraschenderweise doch ganz schön viel Screentime bekommen hat, weil ich das bei dem Marketing nicht gedacht hätte. Ich fand es durch, ich fand, der war, also man hätte den ruhig noch öfter zeigen können, weil der hat ja auch echt Spaß gemacht, fand ich. Eben auch in der Kombi, ich sage ich jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, mit Renfield zusammen, aber den hätte man noch öfter zeigen können. Ja, wie heißt es so schön, man muss das Meme auch zum passenden Zeitpunkt bringen, ne? Ja, genau so ist es. Ich fand, also, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, wo steht denn seine, also er hat ja schon mal eine Art von Vampir gespielt in Vampires Kiss, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und das ist halt quasi Meme the Movie von Nicolas Cage, da sind ja so viele Sachen drin, neben The Wicker Man, die man als Memes mittlerweile kennt. Wo war denn so seine Performance in Sachen Craziness und Nicolas Cage-iness auf dieser, ich habe es mal die Vampire Kiss-Gala genannt. Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich finde ja, dass Nicolas Cage immer noch ein guter Schauspieler ist, wenn man ihn lässt, zum Beispiel in Pic ist er ja herausragend, hat er selbst auch letztens gesagt, dass Pic einer seiner besten Filme ist. Und das finde ich auch. Aber ich kann durchaus auch diesem Cage-inessen Nicolas Cage-iness abgewinnen. Und, boah, bei Renfield würde ich ihm eine 7,5 von 10 geben, was seine Cage-iness angeht. Seine Vampire Kissiness, nenn's wie du willst. Also, ich habe den letzten Film mit Nicolas Cage, den ich gesehen habe, der war, glaube ich, Mandy. Oh, okay. Das ist eine 10 von 10. Das ist 12 von 10, würde ich sagen. Genau, der war eigentlich auch ziemlich cool. Und damit verglichen, also er spielt dann ja, er spielt Dracula, aber schon auch schön überzogen. Also, ich habe ihn da gut als Nicolas Cage drin erkannt. Ich finde auch, so zwischen, so in Richtung 7 fand ich gut. Ich bin bei 6,5, weil ich, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihn diese Zahnprothese so ein bisschen limitiert in seinem, in seinem Acting, in seiner Craft. Und ich hätte es mir noch eine Spur drüber gewünscht. Also, da behaupte ich aber, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen will, weil ich habe da eine, man könnte auch mir eine persönliche Wende da unterstellen, dürfte ihr gerne tun. Ich habe ein Problem mit Chris McKay als Realfilmregisseur. Den kennen ja wahrscheinlich unsere HörerInnen und ihr vielleicht von Lego Batman Movie. Der ist toll, lustig, unterhaltsam, kreativ. Aber der hat halt auch The Tomorrow War gemacht mit Chris Pratt. Und schon da habe ich ein Problem mit seiner Schauspielführung gehabt, weil die nämlich nicht funktioniert hat für mich. Und ich sehe es hier fast ein bisschen ähnlich. Ich glaube, ich hätte mir vielleicht einen kompetenteren, besseren Regisseur gewünscht, der einfach sagt, weißt du was, Nick, mach wie du meinst. Hau drauf und gib dem Affen Zucker. Denkst du, Nicolas Cage lässt sich einschränken? Also, dass er sich von einem Regisseur einschränken lässt? Der sieht immer aus wie jemand, dem man so Jim Carrey-mäßig eher, dem man eher einen Raum geben müsste, um mal kurz die Jim Carrey-Nest und Nicolas Cage-Nest mal kurz abzuschütteln, weil es sonst aus einem heraus trinkt, aus allen Poren. Ich würde mal behaupten, dass Nick Cage halt immer 100% gibt, so a la Klaus Kinski. Nur Kinski brennt wie Kinski ist halt Nick Cage, kann nur Nick Cage. Und gibt halt, also der macht ja keine Half-Ass-Performances. Der ist ja immer voll drin, selbst bei solchen Direct-to-DVD oder VOD-Sachen ist der ja immer vielleicht zu doll drin für das Produkt, was er da gerade erstellt. Aber der hat, glaube ich, eine krasse, der hat eine krasse, wie heißt das denn, Arbeitsethik. Also, der hat, glaube ich, eine krasse Auffassung von seinem, von seiner Arbeit Schauspiel. Für den ist das, glaube ich, wirklich, ich gehe zur Arbeit und dann mache ich halt volle Kanne. Und ich glaube, dass der auch so ist, wenn er halt einen Regisseur hat, der ihm sagt, so, spiel das bitte so und so, dann macht er das, glaube ich auch. Der wird mit Sicherheit mal so sagen, kann ich es auch mal so probieren. Aber er kann es natürlich bei so einer Prozesse auch mal haben, dass der sagt, ja, kannst du, aber am Ende mache ich ja den Schnitt und dann nehme ich die Sachen, die mir am besten gefällt. Also, was ich so bislang gehört habe, ist, dass er wirklich auch auf die Regisseur hört. Also, das ist kein Darsteller, der sagt, so, ich bin hier der Star. Was man bislang so gehört hat von ganz vielen verschiedenen Regisseuren, macht er das, was von ihm verlangt wird. Und wenn der Regisseur halt sagt, pass auf, das ist jetzt hier Mandy und jetzt geht es mal wieder auf Stufe 11, dann sagt Niklas, ich gehe auf Stufe 11. Und wenn er bei Pick zum Beispiel eher zurückhaltend spielen soll, dann macht er das auch. Von daher glaube ich nicht, dass es so sehr an Niklas Cage liegt. Du wolltest noch was sagen, Slogger? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Achso, nee, das hattest du schon alles geklärt. In seinen weisen Worten und du ja eigentlich. So bin ich. So bin ich. Zu Chris McHale kann ich Folgendes sagen. Ich kann diesen Mann weder als guten noch schlechten Regisseur beschreiben, denn ich fand sein Lego-Movie, Lego-Batman-Movie fand ich so okay. Ich fand Tomorrow War nicht gut, aber auch nicht so scheiße wie du, Timo. Und das ist jetzt sein zweiter Live-Action-Film. Und ich glaube tatsächlich, da könnte so fast so gut wie jeder Name im Abspann stehen, außer vielleicht David Lynch oder David Cronenberg. Der hätte, glaube ich, schon mal ein bisschen was anderes bekommen. Aber ansonsten hatte ich mehr so das Gefühl, das ist ein Film, der wurde vielleicht auch ein bisschen mehr von dem Studio gedreht. Die wollten halt eben diese Art von Film, was sie gedacht haben, jetzt mit sowas mit Niklas Cage und mit viel cartoonesker Gewalt und so, dass sie da vielleicht so ein Hit landen können. Ich würde nicht sagen, dass da viel oder viel Handschrift Chris McHale zu erkennen ist, weil dafür habe ich zu wenig von ihm gesehen und dafür hat er zu wenig gemacht. Er hat einfach keine, deswegen hast du keine erkannt. Ja krass, also Tomorrow War habe ich gar nicht gesehen, aber da hatte ich auch wirklich gar keinen Bock drauf, anhand von den Plakaten her. Und Lego-Batman-Movie, der wird ja unter DC-Fans und Batman-Fans gehandelt als der beste Batman-Film, weil er den Batman, einfach den Groove und das Mindset von Batman am besten gefasst hat, tatsächlich. Ja, und ich habe ein großes Herz für den Lego-Batman-Film, muss ich sagen. Ein viel, viel größer als für den Lego-Film. Ein viel, viel größer als für den Renfield-Film. Ja, tatsächlich. Also nicht, weil ich jetzt eine besonders hohe Erwartung hatte, aber du hattest schon vorhin gesagt, Trailer haben immer die besten Szenen drin. Ist das denn hier auch der Fall? Findet ihr das? Kann ich nichts zu sagen, weil ich die Trailer vorher nicht gesehen habe. Also da muss ich mich rausnehmen. Ich war tatsächlich überrascht, wie viele Szenen sie nicht im Trailer gezeigt haben. Wirklich. Ich war überrascht. Ja, ich auch. Also es gibt so eine, da habe ich so diese Kingsman-Küchen, äh Küchen sag ich schon, diese Kingsman-Kirchen-Szene im Kopf gehabt mit diesem, ich kann diesen Effekt mit der Kamera gar nicht, wie das heißt oder wie das genau bezeichnet wird, aber da wischt die Kamera halt immer so und das wird sehr, sehr hektisch. Und das ist halt das, was du auch schon sagtest, du, das könnte ganz, ganz kompetent und ganz, ganz visuell einnehmend sein, ist aber halt furchtbar zerschnitten. Also das wirkt als One-Take oder als gefakter One-Take irgendwie mehr, als wenn man das so mal so reinspielt und damit ein bisschen quasi so zeigt, guck mal, das kann ich auch. Okay, das heißt, das mit dem Schnitt habe ich auch schon mitbekommen, dass wir finden, dass der ein bisschen schizophren wirkt durch diese Gruppentherapie, Renfield Dracula und diese Splatter-Szenen, also dass es irgendwie sich nicht ganz zusammen einfügt. Mich haben auch viele Dinge logisch gestört an der Geschichte, also jetzt nicht, dass das so der krasse, dass man jetzt krass mit Logik kommen kann, weil es ein Vampirfilm ist, aber wir haben ja zum Beispiel diese Verbindung zwischen einem Vertrauten und seinem Meister. Er ist ja, das sehen wir auch im Film, durch Telepathie oder, also Dracula kann ja in den Kopf von Renfield rein und sagen, hier, komm jetzt sofort, was machst du denn? Und wie ist es dann möglich, dass Renfield sich überhaupt emanzipieren kann? Also das war so große Logikplotz, dass dann ganz lange Dracula einfach nicht weiß, was Renfield macht, obwohl er ihn ja in seinen Kopf springen kann. Sowas fand ich total seltsam oder auch dieses ganze Käfergefresse, dass du dann dadurch stark wirst, das ist ja anscheinend, das war ja so, das macht Renfield ja, dieses Käferessen. Proteine, Proteine. Genau, also das macht er ja, ich glaube nicht, dass es auch Standard ist, dass er dann dadurch stärker wird und dann kommen einfach andere und essen noch mehr Käfer und werden noch stärker, das ist dieser Dragonball-Effekt, wenn du keine coole Story hast, dann kommt einfach ein Gegner, der noch stärker ist und dann wird wieder der Protagonist stärker und dann wird wieder der Gegner stärker, das finde ich eigentlich, also da hat mir auch von der Story her, war das nicht ganz zufriedenstellend für mich, wenn ich jetzt hier nochmal kurz auf den Film an sich zurückkommen möchte. Ja, aber ich bin da auch voll bei dir, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses, es ist ja, es schwillt ja doch am Ende, Vorsicht, leichter, milder Spoiler, aber auch nicht wirklich überraschend, doch so ein bisschen World Domination, alle werden die große Dracula-Familie und ich ergreife quasi die Weltherrschaft. Und das schwillt ja irgendwie so mit drin und ich habe das 0,0 gebraucht, weil ich genau wie bei Slogger, für mich hätte das vollkommen gereicht, da so ein, ich brauche kein intimes Drama, aber so diese Dynamik zwischen Renfield und Graf Dracula mehr auszuspielen, da ein bisschen intensivere Szenen, da gab es so 1, 2, wo es so a la Gabriel Byrne End of Days, so kleine Verlockungen, die Graf Dracula mal in den Raum wirft. Aber da hätte ich viel mehr von gewollt und gebraucht und nicht diesen überladenen Plot mit irgendwie Vampir-Dominanz und gleichzeitig noch dann die Drogen-Baroness der Stadt, die dann irgendwie groß mit ihrem Muttersöhnchen auf die Kacke hauen will. Ich fand auch Ben Schwartz als diesen Sohn, ah, ein bisschen, bisschen energie. Aber er hatte Tattoos. Ja, genau, es ist ja voll edgy im 21. Jahrhundert, dass einer Tattoo sind. Guck mal, der hat sich den Hals anmalen lassen. Da schmeiße ich nochmal das Dark Universe rein. Also da jetzt eine Frage an euch, das ist definitiv abgesägt, oder? Dieses Universal Cinematik. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja, also, ähm, das große Dark Universe haben sie aufgegeben, weil, Überraschung, die Filme, die Teil davon waren, gerade die Mumie mit Hooghruz, waren halt wirklich kommerzielle Flops. Ähm, dann haben sie es aber halt im Kleinen versucht, wie zum Beispiel mit der Unsichtbare, äh, mit Elizabeth Moss und der war ja wirklich unglaublich erfolgreich. Und da versuchten sie dann noch so ein bisschen was. Also, wie soll ich sagen, sie arbeiten mit ihren Monstern, die sie haben, in ihrem Monsterkatalog, aber sie versuchen aktuell nicht krampfhaft, das zu einem Universum zusammenzupacken. Das heißt, der Unsichtbare und Renfield werden wahrscheinlich nie aufeinandertreffen. Okay, weil sonst hätte... Ich glaube, Idee mal, das nicht zu machen, ne, Marvel? Grüße an euch da. Weil sonst hätte man ja überlegen können, dass dieses übertriebene World Domination da deswegen geschuldet war, weil sie die dann irgendwie zusammenbringen wollen, aber dann wohl nicht. Nee, also ich, ich finde es tatsächlich so, wie sie es jetzt machen, relativ gut. Macht einfach von mir aus eure Monsterfilme neu, äh, das finde ich okay, äh, aber sie müssen nicht zwangsweise irgendwie miteinander connecten, das ist, das muss nicht sein. Ähm, was ich aber noch ganz, ganz interessant finde, also, als ich den Film geguckt habe, kam mir so ein Gedanke in den Sinn und zwar, ich glaube, ich fände es viel cooler, wenn nicht Renfield derjenige ist, der mit seiner Existenz hadert und seiner Rolle, sondern Dracula. Ja. Das fände ich, das wäre cooler gewesen. Aber dann, der Film dann hätte da nicht Renfield gehiesen, offensichtlich. Das stimmt, wobei man natürlich davon ausgehen kann, auch mal so ein bisschen, ne, die alte Rian Johnson Trickkiste subverting the expectations, das hätte man da durchziehen können. Ich hatte auch einen kurzen Moment lang, weil ich glaube, ich habe nur diesen Group Therapy oder Gruppentherapie Trailer gesehen. Ich dachte, das sei das Zentrum des Films, dass diese Szene vielleicht 30, 40 Minuten einnimmt und dann irgendwann so rauskommt, so, ja, hier, das ist, ich bin hier der Diener von Dracula. Und da hätte ich mir gewünscht, dass, also, wenn man es ganz drüber macht, dass auch Dracula sich reinzieht und sagt, ja, es ist alles irgendwie so anstrengend, immer Blut zu trinken. Ja, genau. Ich brauche immer so ein Lakaien, ich kann das, nicht mal das kann ich alleine, also, was kann ich, was schaffe ich eigentlich hier gerade? Ja, genau, also, einfach Dracula möchte nicht mehr töten oder so, ne, das wäre schon, also, das hätte ich, glaube ich, interessanter gefunden, als das, was jetzt Renfield macht. Ähm, wobei ich bei den ganzen Gruppensitzungsszenen immer automatisch an Fight Club gedacht habe. Ich dachte, gleich kommt mal der Singer rein. Gleite. Ja, genau, genau, schönste Szene, ja. Nicht Gleite, sondern Sack. Oder die starke Schulter und mehr von Meatloaf. Das hätte ich auch schön gefunden. Dein Name ist Robert Renfield. Ja, okay, das heißt, wir sind uns einig, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ein Film hätte besser sein können, das ist immer, finde ich, immer ganz schwierigen Ansatz, weil was kann nicht besser, also, man kündigt immer noch was, aber hier ist irgendwie, der ist halt einfach nicht originell, also, es hat so viele Punkte, die er Ansätze gezeigt hat, wie er originell hätte sein können. Wobei, äh, das, das, ich würde es einfach schon mal so als mein Fazit mitnehmen, ich fand den für mich jetzt nicht so gelungen, aber auch nicht wirklich schlecht, aber ich habe halt gesehen, wie gut der im Kino ankam, ne, äh, von daher würde ich sagen, wenn euch der Film interessiert und ihr wisst ungefähr, was auf euch zukommt, da guckt den gerne, ihr könntet wirklich Spaß haben, denn bei uns, das Kino, da war wirklich 90 Minuten lang Halligalli. Ja, das habe ich ja auch, ich habe ja auch gesagt, also, der ist auf jeden Fall nicht scheiße, der ist kurzweilig, kann man sich antun, äh, was heißt antun, das ist schon wieder sehr negativ, man kann den auf jeden Fall ankucken, ich habe auch gelacht, es ist nur dieses, ja, schade, da, da hätte man mehr draus machen können, äh, Nicolas Cage hätte man mehr sehen können, Nicolas Holt, äh, hätte auch sich ein bisschen anders zeigen können, Aquafina ist, ist halt Aquafina und ein paar Figuren nerven, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, das war eine Verschwendung, verschwendete Zeit, sondern ich würde auch sagen, guckt euch die Trailer an und dann, so ist der Film dann halt auch. Wobei, einen Kritikpunkt hätte ich noch, weil du gerade Aquafina. Denk an Aquafitness und dann machst du statt Fitness machst du Fina hinten dran. Ab heute werde ich die Dame nur noch Aquafitness nennen. Ja, sehr gut. Das ist jetzt rein in dein Kopf inzeptioniert, sehr gut. Ich fand sie, ich habe ihr die Rolle, das ist jetzt blöd bei so einem Film zu sagen, ich habe ihr die Rolle nicht abgekauft, aber ich habe ihr die Rolle des Cops nicht abgekauft. Das hat für mich nicht funktioniert. Ich finde, sie funktioniert generell bei mir zumindest immer nur so in ganz kleinen Comic-Relief-Dosen und als man da noch so eine Backstory drum strickte, dass irgendwie, wenn ich es noch richtig erinnere, der Vater irgendwie diesen, mit dieser Drogenfamilie noch irgendwie was am Hut hatte und die schnappen wollte und dabei irgendwie draufgegangen ist, wenn ich es richtig erinnere. Also unnötig. Korrigiert mich, wenn es falsch ist oder korrigiert mich nicht, dann lassen wir es einfach so stehen. Ja, also ich wusste... Aber das war so viel zu viel. Ich brauchte ihr so in fünf Minuten Dosen. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie mitspielt, weil ich ja keine Trailer gesehen hatte und mich nicht informiert hatte. Und deswegen dachte ich einfach, ach cool, die spielt mit, habe ich Bock auf eine starke Frau, weil das ist sie ja eindeutig. Ich finde schon, dass sie für eine weibliche Comedian erfrischend ist. Also sie nervt mich nicht, was ich oft das Gefühl habe bei anderen Comedians und dafür mag ich sie schon ganz gerne. Aber wie du halt sagst, ihre Rolle mit dieser Backstory und dann ist ihre Schwester auch irgendwo Polizistin und es wird alles wieder so, wird einem als Zuschauer so reingepresst. Hallo, ich bin deine Schwester und unser Vater ist gestorben mäßig. So gar nicht organisch so ein bisschen. Aber das ist halt, das will der Film ja auch nicht sein. Also das, ja, der Film hat nicht die Tiefe, die man, die er haben muss. Punkt. Der ist ja natürlich sehr oldschool 90s mäßig, ne? Also warum wird die Schwester reingebracht, wissen wir, damit sie irgendwann entführt wird oder irgendwie getötet wird oder zumindest mit dem, oder ihr Leben bedroht wird. Und das finde ich dann schon wieder, hat irgendwie Chuzpe so in 2022, äh, 2023 mittlerweile, sorry, wir sind ja schon im Mai, dass man das so oldschool macht. Und, äh, ich fand den dann, ich verziehe wirklich viele Vergleiche zu Cocaine Bear, weil selbes Studio und irgendwie ähnliches, zumindest Edginess vielleicht oder gedachtes Edginess, fand ich den schon deutlich runder und deutlich mehr, oder deutlich guckbarer, weil Cocaine Bear fand ich wirklich scheiße. Wobei, was mich auch ein bisschen wundert ist, dass Universal, genau wie bei Cocaine Bear, Renfield jetzt erst so spät nach dem US-Stadtlauf lässt in Deutschland. Ja, ich glaube, die haben momentan nicht so viel Ahnung, so wie das Internet funktioniert. Ja. Immer noch Neuland. Habe ich auch das Gefühl, ne? Die haben auch so, jahrelang haben sie es irgendwie verstanden und jetzt so, was war nochmal, warum, warum bringen wir die Filme eigentlich fast zeitgleich in Deutschland raus wie in den USA? Ja, keine Ahnung, lass mal wieder einen Monat oder zwei dazwischen lassen. Ja, und dann clevererweise bei iTunes US das Ganze schon zum Laien und Kaufen rausbringen, weil VPN heißt bestimmt Verband personeller Numeralien und nichts anderes und ich glaube nicht, dass sich das Internet durchsetzt. Ja, aber das verstehe ich generell nicht. Also ich habe gestern Living besprochen und mit Kathi, die ja in Österreich sitzt und da lief der Film einfach vor zwei Monaten schon ins Kino und hier kommt der erst nächste Woche. Also warum macht man überhaupt einen Unterschied zwischen, also nicht nur Amerika, Deutschland, sondern Österreich, Deutschland? Also da sind generell irgendwelche Logiken dahinter, die ich überhaupt gar nicht, generell nicht verstehe. An dieser Stelle, wer im Dachbereich sitzt und Kathi ist ja dann leider da oder Gott sei Dank, je nachdem wie sie es sieht, sind es die Untertitel, die man braucht? Helft uns, schreibt uns, wir wissen es nicht. Ja, also bei so in Anführungszeichen kleineren Filmen ist es ja schon okay, aber wenn du so größere Filme hast, wie zum Beispiel Renfield, der ja auch durchaus von Interesse ist für viele Leute. Wie gesagt, das ist ja letztlich Meme von dem Movie, nämlich Nicklaus Cage als Vampir, wundert es mich schon, dass der irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Wochen nach US-Start erst in Deutschland erscheint. Vor allem, weil er als der erste Trailer gedroppt worden ist, war der Start noch, glaube ich, nur eine Woche nach US-Start. Also, aber gut. Ich bin nicht von der Marketingabteilung, das ist eh eine Sache für sich und letztlich weiß es ja je immer der andere besser. Ja, vielleicht hat man auch mit diesem, ich nenne das immer diesem Joker, also Joaquin Phoenix, Todd Phillips Joker, Faktor Cut, mit irgendwie einkalkuliert, dass der sich rumspricht, dass der total lustig und total das Spaßfest für Vampirfilme und solche Leute, die sowas brauchen ist. Und vielleicht haben sie einfach sich da fehlkalkuliert, weil ein Start einfach wirklich eher gefloppt und unterwältigend gelaufen ist und sich das nicht so rumgesprochen hat. Vielleicht sind die Leute auch einfach zu heiß auf den Marvel Blade und haben keinen Bock mehr seit Twilight auf Vampire. Das muss man nämlich an dieser Stelle sagen, um so ein bisschen Richtung Fazit-Spur einzubiegen. Ich finde das mal wieder sehr angenehm, dass Vampire auch mal wieder richtig blutig sein dürfen und nicht irgendwie mit geprägten Wehrwolfen sich rumschlagen müssen und mit einer damals noch nicht so wirklich gut schauspielenden Kristen Stewart, die dann irgendwie mit Edward da anbindeln muss und dann da fünf oder sechs Teile, ich weiß es gar nicht mehr braucht, um da zum Zug zu kommen. Fünf Teile, ja, der letzte, vierte Teil wurde zerschnitten. Aber das ist doch nicht der erste Vampirfilm, größere Vampirfilme seit Twilight. Oder ist Twilight nicht schon 15 Jahre alt oder sowas auch schon mittlerweile? Ja gut, Vampire sind immer... Aber eine Sache noch, mein Lieblingskommentar von Netta Box zu Renfield lautet wie folgt ungefähr, Nicolas Cage hätte Edward spielen können, aber Robert Pattinson nicht Dracula. Das kann man unterschreiben. Ist ein schönes Schlusswort eigentlich, Slugger, oder? Zumindest für unsere Besprechung. Wenn wir Batman gesehen haben mit Edward Pattinson, genau, mit Robert Pattinson, frage ich das so ein bisschen. Ich finde, der ist ja eigentlich ein richtig guter Schauspieler, der hätte es auch machen können. Der ist super. Aber Nicolas Cage in Renfield ist natürlich was ganz Besonderes, auch wie er da so zerfleddert ist und alles am Anfang sich so ein bisschen zeigt. Genau, aber ich möchte jetzt kein neues Fass aufmachen, wir haben eigentlich alles gesagt, was wir zu Renfield sagen möchten. Und ja, genau, das heißt, wir können hier zum Ende kommen. Ja, handwerklich solide bis manchmal unterwältigend. Das Make-up, die Lichtgebung fand ich auch extrem, das hat Spaß gemacht. Der Rest eher so meh. Und ja, Renfield im Kino zu sehen, wahrscheinlich sogar im Kino um eure Ecke. Aber vielleicht nutzt ihr eher die Zeit, obwohl ich das noch nicht bestätigen kann, aber ich glaube, die beiden Herrschaften, guckt doch vielleicht lieber Boris Afraid. Dann sind die hier glücklich. Die haben so richtig Boris Afraid eingeatmet, inhaliert mit der Mutter. Ja, das stimmt. Aber als Warnung, Boris Afraid, ihr werdet ihn entweder lieben oder ihr werdet ihn hassen. Ja, also ich glaube, Renfield ist viel zugänglich. Bei Renfield ist die Chance so groß, dass er so in die Mitte geht. Ja, das ist auf jeden Fall. Genau, das ist das Fazit. Aber dafür ist es keine Kunst. Renfield ist zugänglicher als Boris Afraid. Wuhu. Wieso? Fast jeder Film war ein bisschen. Das ist mein Go-To-Fazit für die nächsten drei Jahre. Ja, ich wiederhole mich nochmal. Also wenn euch der Film interessiert, guckt euch ihn an, auch im Kino. Der macht wahrscheinlich euch dann Spaß. Ich für meinen Teil, das war so ein Schulterzug-Film. Ich fand es noch ganz nett, dass er in New Orleans spielt. Das haben sie relativ nett genutzt. Und ansonsten ist das kein Film, der für mich noch in irgendeiner Art und Weise eine größere Rolle spielen muss oder wird. Aber das ist schon okay so. Wer eine größere Rolle spielen sollte in eurem Leben, ist Schlogger. Weil Schlogger droppt jetzt einfach alle ihre Channels und erzählt euch mal, was sie so am Start hat. Das ist nämlich viel, viel, wie ich finde, viel interessanter und lehrreicher, besser, toller, visuell berauschender als Renfield. Noch dreimal anhören und ich kann es aussehen. Ich liebe die Überleitung. Dankeschön. Ja, kommt zu mir in die Gruppentherapie-Session, denn ich mache Comics auch über Kommunikation, wie man besser kommunizieren kann und diesen ganzen Kram. Und das kann man lesen auf Schlogger.de, der Website oder auf Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, Handle TheSchlogger. Da kann man sich das alles angucken und mit mir auch kommunizieren und sagen, hier, das war richtig gut, was du gemacht hast oder auch richtig scheiße. Und sprich doch mal bitte, wir fanden Renfield viel besser, als du gesagt hast und was macht ihr da überhaupt in diesem Cast? Wir sind nie eurer Meinung. Genau, aber jetzt komme ich wieder zurück zu mir. Danke fürs Zuhören, schon mal von meiner Seite und schau doch mal bei mir rein. Ich habe noch eine Frage, como was? Ich habe es nicht versprochen. Kommunikation. Also sprechen, ne? Ja, genau. Sprechen, Informationen. Talking. Was? Was machen wir hier? Okay, kommen wir zum Schluss. Ich durfte hier meine Werbung droppen. Wer von euch feinen Herren möchte gerne für den Tele-Stammtisch die Werbung raushauen? Das kann nur einer, machst du. Okay, mir wurde im Vorfeld irgendwie gesagt, ich hätte da eine Catchphrase, aber ich war, okay. Ich mache den Stichwortgeber. Was sollen denn unsere HörerInnen, wenn das Produkt ihnen gefällt, immer tun? Also kaufen können sie es nicht. Achso, naja, sie sollen uns liken. Liebt uns, liked uns, bewertet uns mit fünf Sternen bei Spotify, Apple Podcasts oder beim Bums-Podcatcher eures Vertrauens. Und warum ist du? Äh, weil wir es verdient haben. Ja, das ist Catchphrase. Sehr schön. Ich möchte aber noch anmerken, dass unser lieber Kollege, der Max, letztens etwas ganz Fantastisches gesagt hat, nämlich er findet den Tele-Stammtisch überall, wo es Likes gibt. Das ist eine tolle Bezeichnung. Ja, finde ich gut. Das lassen wir, finde ich, als Schlusswort so stehen und wünschen euch viel Spaß im Kino, bei unseren Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt still, ihr könnt noch letzte Worte an das Publikum richten. Ich bin, ich habe fertig. Nee, wir sagen alle gleichzeitig Tschüss. Tschüss. Schneidet uns einfach das Wort ab. War schön. Bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.